Wenn jemand was möchte, Frau Bietern läuft gerade ringsrum und ich wollte mal ein paar Schritte abnehmen, der kann sich draußen gerne noch einiges holen. So, damit ist 16 Uhr und wir fangen mit unserer Anhörung an. Ich begrüße Sie heute zu unserer öffentlichen Anhörung. Ich begrüße die Kolleginnen und Kollegen, die im Videochat sind beziehungsweise im Telefonchat und Ihnen sind alle Einwahldaten zugegangen. Das Parlamentssekretariat will natürlich immer wieder die Anwesenheit wissen und deswegen fangen wir gleich damit an. Wer ist von den einzelnen Fraktionen da? Von der CDU-CSU-Fraktion? Haben wir noch niemanden da? Okay, die werden sich sicherlich gleich einschalten beziehungsweise reinkommen. Die SPD-Fraktion, Gülistan Yüksel, habe ich gesehen im Chat. Ist noch jemand von der SPD-Fraktion im Chat? Leni Breymeyer ist hier im Saal. Das ist nicht Sönkerichs, haben wir gerade gehört. Wunderbar, wunderbar. Haben wir noch jemanden? Genau, Leni, ich habe dich schon begrüßt. Dann komme ich zur AfD-Fraktion. Mechthild Rawert. Mechthild Rawert war gerade. Sönkerichs. Haben wir? Okay, haben wir alles. Dann zur AfD-Fraktion. Herr Reichert ist da im Chat und Frau Harder-Kühnel ist hier im Raum. Ist noch jemand von der AfD-Fraktion zugeschalten? Das ist nicht der Fall. Dann komme ich zur FDP-Fraktion. Frau Bauer ist da. Gibt es noch jemanden, der zugeschalten ist? Das ist nicht der Fall von der Fraktion. Die Linke ist Frau Möhring da im Saal. Gibt es noch jemanden, der zugeschalten ist? Und Frau Achelwilm und Bündnis 90 Die Grünen. Frau Deligöz im Chat und Ulle Schaust hier im Saal. Bayram. Frau Bayram aus dem Rechtsausschuss noch. Frau Bayram, haben wir Sie notiert? Wunderbar. Damit haben wir erst mal die Anwesenheit geklärt. Ich danke Ihnen dafür. Vielen Dank. Ich begrüße jetzt die Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses. Ich begrüße alle Kolleginnen und Kollegen der mitberatenden Ausschüsse. Ebenso begrüße ich von der Regierung den parlamentarischen Staatssekretär Stefan Zierke. Herzlich willkommen. Und ich begrüße Frau Dr. Birgit Schweikert, die Leiterin der Unterabteilung 40. Herzlich willkommen bei uns im Ausschuss. Die Besucherinnen und Besucher und natürlich unsere Sachverständigen, die alle per Videokonferenz zugeschalten sind. Ich gehe Sie jetzt der Reihenfolge nach durch. Und Sie sagen mir bitte, ob Sie da sind. Christina Klemm von Klemm und Wessel Berlin. Sind Sie da? Ja, ich bin da. Wunderbar. Guten Tag. Herr Prof. Dr. Thomas Fischer, Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof AD. Sind Sie da? Mikro bitte anmachen. Jawohl, ich bin da. Dankeschön. Heike Herold, Frauenhauskoordinierung e.V. Berlin. Ja, ich bin da. Wunderbar. Prof. Dr. Ulrich Lemke, Humboldt-Universität zu Berlin. Ulrike, was habe ich gesagt? Frau Dr. Ulrike. Also ich vertrete den Ulrich heute mal. Die Ulrike. Entschuldigung. Ja, so kann man dann schnell. Sie sind nicht die Erste. Da bin ich aber froh. Dankeschön. Prof. Dr. Susanne Schröter von der Güte-Universität Frankfurt am Main. Ja, auch da. Wunderbar. Prof. Dr. Monika Schröttle von der Forschungs- und Beobachtungsstelle Geschlecht der Universität Erlangen-Nürnberg. Ich bin auch da, ja. Wunderbar. Dr. Leonie Steindl vom Deutschen Juristinnenbund e.V. Berlin. Ja, guten Tag. Dankeschön. Und von der Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände konnte heute kein Vertreter kommen. Herzlich willkommen Ihnen allen und Dankeschön. Ich weise jetzt darauf hin, dass die Anhörung im Parlamentsfernsehen und im Internet auf der Seite www.bundestag.de übertragen wird und in der Mediathek auf der Homepage des Deutschen Bundestages bereitgestellt wird. Es wird ein Wortprotokoll erstellt, welches dann im Internet abrufbar sein wird. Außerdem bitte ich Sie, sämtliche anderen Ton- und Bildaufzeichnungen zu unterlassen. Ebenso bitte ich Sie während der Anhörung, Ihre Mobiltelefone auszuschalten. Weiterhin weise ich darauf hin, dass die Stellungnahmen der Sachverständigen ins Internet eingestellt wurden. Und ich komme nun zum Ablauf. Die Anhörung wird folgendermaßen ablaufen. Eingangsstatements der Sachverständigen von jeweils drei Minuten und eine 60-minütige Frage- und Antwortrunde. Bei diesen Frage- und Antwortrunden wird das Fragerecht nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen zeitgleich aufgeteilt. Zu Beginn der Wahlperiode haben wir uns darauf verständigt, die Fragekontingente der Fraktionen der CDU und der SPD-Fraktion jeweils auf zwei Blöcke zu verteilen. Und so werden wir es heute auch handhaben. Ein Hinweis noch zum Zeitmanagement. Die sonst übliche Uhr können Sie leider im Chat nicht einsehen. Nur die Anwesenden hier im Saal. Und damit kommt dann meine Glocke ins Spiel. Eine Minute vor Ablauf der Redezeit würde ich die dann tätigen, sodass Sie dort ein Signal haben. Sie haben dann noch eine Minute zum Reden. Damit beginnen wir die öffentliche Anhörung zum Antrag der Fraktion Die Linke. Femizide in Deutschland untersuchen auf der Bundestagsdrucksache 19-23-999. Zunächst bitte ich die Sachverständigen um ein kurzes Eingangsstatement. Und Frau Klemm beginnt in alphabetischer Reihenfolge. Bitte schön, Frau Klemm. Sie haben das Wort. Guten Tag, herzlichen Dank für die Einladung. Ich spreche hier als Rechtsanwältin, die seit 25 Jahren nahezu täglich mit Opfern geschlechtsspezifischer Reval zu tun hat, oft mit Betroffenen, die massivste Gewalt überlebt haben. Immer wieder vertrete ich auch Angehörige von Opfern, die aus rassistischen oder misoginen Motiven heraus getötet wurden oder aus beiden zusammen. Ich erlebe eine Gesellschaft, Politik, Ermittlungsbehörden und Rechtsprechung, die geschlechtsspezifische, sexualisierte und sogenannte Partnerschaftsgewalt bagatellisiert und nicht strukturell versteht und bekämpft. Wenn Frauen getötet werden, ist das Entsetzen häufig ebenso groß wie die Behauptung, man habe es nicht voraussehen können. Das stimmt nur manchmal. Ich höre von Überlebenden, von Angehörigen oder anderen ZeugInnen, dass es von den Taten, vor den Taten Gewalt gab oder massiv kontrollierendes Verhalten durch den späteren Täter. Frauenfeindliche Äußerungen, sexualisierte Übergriffe, Morddrohungen, sogar Mordankündigungen oder im Netz verbreiteter, misogyner oder antifeministischer, antiquierer Hass. Ich vertrete unzählige Mandantinnen, die trotz Gewalt durch ihren Ex-Partner die gemeinsamen Kinder genau diesem gewalttätigen Mann zum Umgang bringen müssen und in permanenter Angst leben, dass sie oder ihre Kinder verletzt oder getötet werden können. Ich verbringe viel Zeit damit, für Mandantinnen für minimalen Schutz mitzusorgen und erlebe abgesehen von großartigen Mitarbeiterinnen in Frauenberatungsstellen und Frauenhäusern und einzelnen sehr engagierten Polizeibeamtinnen häufig behördliches Desinteresse, Unvermögen oder sogar Widerstand. Oft erleben Betroffene Victim-Blaming und dass ihre Ängste nicht ernst genommen werden. Was helfen würde? Die Einführung des Begriffs des Femizides als die Tötung von Frauen, weil sie Frauen sind und die Taten den ungleichen Machtverhältnissen zwischen den Geschlechtern entspringen. Die systematische Dokumentierung, Auswertung von Femiziden unter Einbeziehung von Transfemiziden und sogenannten assoziierten Tötungsdelikten, wie die Tötungen von Kindern aus Rache von Ex-Partnern oder die Tötung von PartnerInnen oder UnterstützerInnen. Wir brauchen viel mehr und bessere Prävention, bessere Ausstattung der Frauenberatungsstellen und Frauenhäuser, flächendeckende, hohe Risikoeinschätzungen, Täterarbeit, Schutz für die Betroffenen in und jenseits von Schutzeinrichtungen, polizeiliche Schutzprogramme, Möglichkeiten der sicheren Trennung. Wir brauchen Fortbildung für Polizei und Justiz, insbesondere im Familienrecht, in der es vor allem darum gehen wird, grundlegende Erkenntnisse der Genderwissenschaften und der strukturellen Ungleichheit im Geschlechterverhältnis zu erwerben und zu verstehen. Und letztlich brauchen wir grundlegende Änderungen der gesellschaftlichen Geschlechterverhältnisse. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Der nächste ist Professor Dr. Fischer. Sie müssen auch Ihr Mikro wieder einschalten, bitte. Müsste jetzt gehen. Ja, wir hören Sie. Frau Vorsitzende, meine Zuhörer. Ich möchte Sie nicht mit dem abermaligen Vorlesen dessen langweilen, was ich schon in meiner schriftlichen Stellungnahme ausgeführt habe, sondern mal kurz etwas ergänzen. Es steht nach meiner Ansicht außer Frage, dass geschlechts- und gruppenspezifisch motivierte Tötungsdelikte, ebenso wie alle anderen, aber eben auch aufgrund dieser speziellen Motivationslage zu verurteilen, zu verfolgen und möglichst zu verhindern sind. Insoweit kann ich der Vorrechtsanwältin Klemm nur in vollem Umfang anschließen. Die Frage, die mit dem vorliegenden Antrag aufgeworfen ist, ob es besser ist, ob es besser ist oder überhaupt es gelingen könnte, wenn man eine Fallgruppe solcher Tötungsdelikte mit dem Biophemizid bezeichnet und daraus weitere normative, rechtsdogmatische und praktische Folgerungen ableitet, kann ich nach Lektüre des Antrags und der Stellungnahmen der anderen Sachverständigen nicht mit Ja beantworten. Alle Gebiete des Rechts, wobei man sagen muss, dass viele Gebiete natürlich zusammenkommen und das ist mir von vornherein nicht besonders sinnvoll erscheint, alles unter diesem Gesichtspunkt des Strafrechts und der strafrechtlichen Behandlung zu betrachten, weil man beispielsweise im Sozialrecht, im Verwaltungsrecht, in Präventionsarbeit, in praktischer Tätigkeit überhaupt vermutlich viel stärker abstrahieren kann und viel stärker gruppenbezogen sich darstellen kann und positionieren kann, als im Strafrecht, das ja aufgrund des verfassungsrechtlich gewährleisteten Schuldprinzips von vornherein auf eine Individualisierung von Schuld ausgerichtet ist. Der Begriff Femizid ist unspezifisch. Das muss man einfach so sagen. Seine in den Stellungnahmen und im Antrag zitierte Definition ist zutreffend, führt aber nicht wirklich weiter, dass sie schon voraussetzt, dass sie entweder eines Beweises nicht bedarf oder es zu beweisen, wenn Frauen getötet werden, weil sie Frauen sind, dann ist das ein Femizid. Das ist an sich banal und gilt für alle anderen Denkbaren überindividuell zu bezeichnenden Opfergruppen ebenso. Die Frage ist also, wann Frauen deshalb getötet werden, weil sie Frauen sind. Und da findet man in den Stellungnahmen und im Antrag eine ganz große Vielzahl, die alle auf Benachteiligung, auf strukturelle Benachteiligung, auf Hilflosigkeit, auf Unterlegenheit zurückzuführen sind, bei dieser Gruppe der Opfer, die auch bei anderen Gruppen der Opfer, Kinder, ich sage andere Teile der Gesellschaft, die sich strukturell in unterlegenen Positionen befinden und von spezifischen Abwertungen betroffen sind. Ich glaube wirklich nicht, dass eine abstrakte Formulierung als Femizid, dass, indem man eine ganze Gruppe zusammenfasst, es leisten kann, was geleistet werden soll, nämlich die individuelle Verutsichtigung von Umständen. Das bedeutet nicht, dass man nicht die Ursachen auch gesellschaftspolitisch aufarbeiten muss. Das bedeutet aber nicht, dass man die Tötungsdelikte regelmäßig über den abstrakten Begriff des Femizid als Mord oder als besonders verwerblich ansehen kann. Sie kommen bitte zum Schluss. Ich mache einfach Schluss. Der Rest wird vielleicht mit einer Frage reingehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste ist Frau Herold, bitte. Ja, auch ich bedanke mich für die Möglichkeit, im Ausschuss über dieses Thema Femizide zu sprechen. Die Femizide sind nach wie vor traurige Realität in Frauenhäusern und Fachberatungsstellen. Und als Lobby für das Hilfesystem stimmen wir einer klaren Benennung einer systematischen Erfassung und Auswertung von Femiziden und einer entsprechenden Berücksichtigung, auch gerade im Strafverfahren als strafverschärfendes Motiv, ausdrücklich zu. Und was wir brauchen, sind gezielte Maßnahmen gegen Femizide. Die Zahlen sind weiter gestiegen. In meiner Stellungnahme habe ich von 25 Frauen, glaube ich, gesprochen. Mittlerweile erfasst die Initiative One Billion Rising 25 getötete Frauen bis zum 26. Februar diesen Jahres. Wir sehen Femizide nicht als bedauerliche Einzelschicksale oder Familiendramen, Eifersuchtsdramen, sondern wirklich als Tötung von Frauen eingebettet in die ungleichen gesellschaftlichen Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern. Und die ermöglichen die Gewalt oder zumindest behindern sie die Bekämpfung. Die Debatte gegen eine Einführung des Begriffes Femizid und deren systematische Erfassung und das Verschieben auf die individuelle Ebene erinnert stark an die Auseinandersetzung in den 90ern und den grünen 2000ern um das Thema häusliche Gewalt und deren statistische Erhebung. Da haben wir mit ähnlichen Argumenten zu tun gehabt. Letztendlich mit der Etablierung des Begriffes häusliche Gewalt hat es begonnen, statistische Erhebungen, auch wenn sie noch nicht systematisch erfolgen, folgten. Das Problembewusstsein bei verschiedenen Akteuren entwickelte sich. Polizeigesetze wurden erweitert, das Gewaltschutzgesetz eingeführt, Fortbildungen, Kooperationsgremien und neue Hilfeansätze wie die Interventionsstellen folgten. Unter dem Strich kann man sagen, das Problem wurde ernster genommen und der Schutz der Frauen und Kinder verbessert. Und die Benennung der Femizide könnte ein erster Schritt sein, um diesen Prozess zu starten. Wie wirkmächtig Worte sind, wissen wir spätestens seit der Anti-Rassismus-Debatte und im Übrigen wissen wir auch den Innenminister Seehofer an unserer Seite. Wichtig ist mir noch mal darauf hinzuweisen, dass wir dringenden Handlungsbedarf bei der Sicherung und beim Ausbau des Hilfesystems haben. Wir haben zu wenig Frauenhausplätze, zu wenig Kapazitäten und ein Hilfesystem. Die Einrichtungen sind nicht barrierefrei genug. Und deswegen möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um Bund, Länder und Kommunen zum wiederholten Male aufzufordern, zeitnah eine verlässliche, bundesweit und angemessene Finanzierung für Frauenhäuser und Beratungsstellen auf den Weg zu bringen. Denn Femizide verhindern heißt auch, umfassend in den Gewaltschutz zu investieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Professor Lembke ist die nächste. Sie haben das Wort. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Kolleginnen. Ich bedanke mich für die Möglichkeit, hier heute sprechen zu können, wenn auch zwei Minuten sehr kurz sind, wie wir jetzt schon durch Anschauen gelernt haben. Das Phänomen der Femizide ist gar nicht so rätselhaft, wie einige Stellungnahmen oder Äußerungen im Vorfeld dies nahelegen. Bei Femiziden handelt es sich um tödliche geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen. Und was geschlechtsspezifische Gewalt ist, wissen wir, wenn wir uns auch mal dem internationalen Diskurs, der aber auch ein nationaler ist, da internationales Recht in weitem Umfang auch als Bundesrecht in Deutschland gilt, dann wissen wir auch, über welche Definition wir sprechen. Femizide umfassen verschiedene Phänomene, wie zum Beispiel die Tötung von Frauen in Partnerschaften, wie die Eskalation einer Misshandlungsbeziehung, sodass sie einen tödlichen Ausgang nimmt, um das jetzt mal so verharmlosen zu beschreiben, wie die Tötung der Partnerin aufgrund ihrer Trennung oder Trennungsabsicht, wie Ehrenmorde, wenn auch viel seltener als die Presse uns vielleicht Glauben macht und wie Hasskriminalität gegen Frauen, die zum Glück auch noch sehr selten, jedenfalls tödliche Hasskriminalität gegen Frauen, sehr selten in Deutschland vorkommt. Warum lohnt es sich, dies unter einem Oberbegriff der Femizide zusammenzufassen? Das hat verschiedene Gründe. Das eine ist, dass wir Femizide, wenn wir sie besser verstehen, auch besser ihnen besser vorbeugen und sie besser bekämpfen können. Das andere ist der Bereich, aus dem ich komme als Juristin, die Frage der rechtlichen Bewertung von Femiziden. Diese rechtliche Bewertung hat hohe Signalwirkung und sie hat aber natürlich auch in konkreten Fällen Wirkung. Das Strafrecht ist nun nicht allein dem individuellen Schuldprinzip verpflichtet, sondern es stellt einen Balance dar zwischen abstrakten Ansagen, was Unrecht ist und dem individuellen Schuldprinzip und genau dieser Ausgleich zwischen der abstrakten, klaren Ansage, was Unrecht ist und dem individuellen Schuldprinzip, genau den leisten Gerichte eigentlich tagtäglich, wenn sie zum Beispiel das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe auslegen. Nun können wir aber zum Beispiel bei Trennungstötung sehen, dass dies nur sehr suboptimal flinkt. Ich habe dazu schon früher eine Rechtsprechungsanalyse gemeinsam mit meiner Kollegin Professorin Lena Follianti vorgelegt und ich habe jetzt noch mal ein wenig nachgelegt, das noch nicht veröffentlicht, aber erste Befunde kann ich Ihnen da mitteilen. Die Rechtsprechung setzt hier Maßstäbe, die sich weit außerhalb des Rechts bewegen, obwohl rechtliche Maßstäbe durch die Istanbul-Konvention, das Grundgesetz oder anderes internationales Recht verfügbar wären. Maßstab der Nachvollziehbarkeit, der hier eine besondere Rolle spielt, bestätigt patriarchale Strukturen und lagert zugleich Femizide als die Gewalt der Fremden aus. Wir haben einen dringenden Handlungsbedarf bei den Unterstützungssystemen. Wir haben einen dringenden Handlungsbedarf im Bereich der Bildung und Öffentlichkeitsarbeit und wir haben einen dringenden Handlungsbedarf im Bereich der Prävention, der immer besonders unbeliebt ist. Und kurz gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, würde es an vielen Punkten einfach genügen, die Istanbul-Konvention, die nun seit dem 1. Februar 2019 in Deutschland auch als Bundesrecht gilt, endlich umzusetzen. Da steht nämlich alles drin. Vielen Dank. Vielen Dank. Und die nächste ist Professor Schröter, bitte. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Ich kann meinen Vorrednerinnen und Vorredner so weit zustimmen, dass das Problem dringlich ist, unterschätzt ist. Das sehen wir auch, wenn wir uns die polizeiliche Kriminalstatistik anschauen. Und dass da einiges getan werden muss. Deutschland ist verpflichtet durch die Istanbul-Konvention und da ist definitiv zu wenig getan. Ich glaube, der strittige Punkt ist jetzt der, ist der Begriff des Femizids der richtige, das Phänomen gut in den Griff zu bekommen, Präventionsmaßnahmen aufzulegen. Deshalb sind wir hier, weil es uns darum geht. Und ich bin wie der Kollege Schmidt nicht der Meinung, dass der Begriff der richtige ist. Und zwar aus folgenden Grund. Ich gehe mal zurück in die Debatte, wie gibt es, welche Diskussionen gibt es eigentlich um diesen Femizid? Wo fing die eigentlich an? Und die ist natürlich nicht in Deutschland begonnen, sondern fängt eigentlich an im lateinamerikanischen Kontext und auch im Kontext von Kanada, US-Amerika. Und da ist unter Femizid sind verschiedene Dinge behandelt worden. Auf der einen Seite waren es reine Hassverbrechen, also Hassverbrechen wie beispielsweise im Jahr 1989 die Ermordung von 14 Frauen an einer Hochschule in Montreal durch einen Frauenhasser, Marc Lepin, der sozusagen das Vorbild für die Incel-Bewegung ist. Für diejenigen, die es nicht wissen, Incel-Bewegung ist eine Bewegung ausschließlich von Männern, die sich einig sind darin, dass sie Frauen hassen, die jede Art von Gleichberechtigung ablehnen und zu außerordentlicher Gewalt bereit sind. Im Übrigen auch sichtbare Verbindungen zu rechtsextremen Gewalttätern haben und antisemitischen Gewalttätern. Also da gibt es so einen Link. Aber diese Morde waren ganz klar Femizide. Ein anderes Beispiel sind Morde, die es in Mexiko gab. Auch da keine häusliche Gewalt, sondern eher öffentliche Gewalt. Die Istanbul-Konvention behandelt jetzt aber häusliche Gewalt. Und da würde ich sagen, ist der Begriff des Femizids so, wie ich ihn kenne, auf der einen Seite zu weit, weil er zu vieles einpackt, aber auch wieder zu eng. Weil Opfer der patriarchalischen Gewalt sind nun nicht nur Frauen. Und das sehen wir auch in der polizeilichen Kriminalstatistik, sondern auch Männer. Auch Männer werden vergewaltigt, werden ermordet und leiden unter patriarchalischer Gewalt. Beispielsweise, wenn sie homosexuell, transsexuell sind. Aber auch Männer, die zwangsverheiratet werden, die mit eher Vorstellungen in Konflikt geraten. Also die werden durch diesen Begriff des Femizids nahezu unsichtbar gemacht. Und der dritte Punkt, den ich anzumerken habe, ist, diese Dichotomie zwischen Männern und Frauen, die da aufscheint, trifft auch im Bereich der Täter nicht zu. Wir haben auch Frauen, gerade wenn es um den ganzen Ehrbereich geht, haben wir auch Frauen, die beteiligt sind an der Ermordung von Frauen. Und der letzte Punkt ist noch, der Morde sind in der Regel ein Endpunkt von Gewalthandlungen, die in dem Begriff des Femizids gar nicht aufscheinen, aber für die Prävention absolut wichtig sind. Vielen Dank. Unser nächstes Statement, Frau Dr. Schrödle, bitte. Sie haben das Wort. Ja, erstmal auch von mir vielen Dank, dass ich teilnehmen darf an dieser Anhörung. Das Wichtigste an den Femiziden ist, dass Dinge, die wir nicht als solche benennen, auch nicht als solche gesehen werden. Das haben wir durch eine jahrzehntelange auch feministische Geschichte der Beschäftigung mit Gewaltdelikten gesehen. Das European Observatory on Femicide und davor die Cost Action on Femicide setzt sich seit 2014 dafür ein, dass der Begriff Femizide vor allen Dingen auch in der politischen Diskussion in allen europäischen Ländern verwendet wird. Wir sind da schon sehr weit. Deutschland ist da nicht an erster Stelle. Er wird in sehr vielen europäischen Ländern inzwischen verwendet. Und es ist sehr wichtig, nicht nur, dass ein allgemeiner Geschlechterungleichheitshintergrund da ist, sondern dass die sozialwissenschaftlichen Studien und auch natürlich die Praxisbeobachtung, auch bei Gerichtsprozessen zeigen, dass der Hintergrund, ein richtiger Motivhintergrund für die Tötung von Frauen, patriarchalische Kontrolldominanz und Besitzansprüche stehen, an deren Ende dann die Tötung der Frauen steht. Deswegen ist es wichtig, Femizide auch als solches zu benennen. Im Bereich der rechtlichen Einordnung sind wir jetzt nicht überzeugt, dass in jedem Rechtssystem der Begriff Femizid eingeführt werden muss. Es geht aber vor allen Dingen darum, diesen Motivhintergrund wirklich zu sehen und ihn auch zu qualifizieren, als zum Beispiel auch niedrigen Beweggrund, wenn der Hintergrund zum Beispiel Kontroll- und Terminanz ist und damit ihn auch zu entlegitimieren. Also wir sehen auch in der Rechtsprechung noch, dass es sozusagen als Verzweiflungstat gesehen wird, als Familiendrama gesehen wird. Und tatsächlich zeigen die genau die Analysen von Fällen, die wir jetzt auch vielfach haben in Deutschland, in Europa, international, dass tatsächlich es darum geht, dass die Männer die Kontrolle verlieren, Kontrolle verloren haben oder keine Macht und Kontrolle mehr ausgeben können und dann folgt die Tötung. Der Wunsch nach einer unabhängigen Beobachtungsstellen, den teilen wir auch. Es ist wichtig, dass man diese Taten benennt und sieht auch, es sollte dabei allerdings wirklich aufgebaut werden an Dingen, die wir schon haben. Das European Observatory und Femicide arbeitet, hat eine gute Methode entwickelt, um auf europäischer Ebene diese Handlungen und die Hintergründe, Motivhintergründe, institutionelle Folgen zu untersuchen und darauf soll aufgebaut werden. Wir arbeiten bis jetzt umsonst, also ohne Geld. Und wenn eine solche Stelle eingeführt werden sollte, und das wünschen wir uns ausdrücklich, weil wir dann mehr sehen, dann soll tatsächlich auch international vernetzter Forschung aufgebaut werden. Und letzter Punkt. Es muss in weiteren Vorhaben auch tatsächlich aktiv die Betroffenen-Perspektive einbezogen werden. Das haben wir eigentlich in ganz Deutschland nicht. Das war auch der Grund, warum ich die Perspektive von Antje Jurella an meine Stellungnahme drangehängt habe. Wir werden viel wirksamer sein, wenn wir die Betroffenen-Perspektive auch bei der Entwicklung von Maßnahmen systematisch mit einbeziehen. Und am Ende muss es darum gehen, dass wir Tötungsdelikte wirklich wirksam abbauen in den nächsten Jahren. Und das können wir aber auch nur, wenn wir lernen, worum es eigentlich geht. Vielen Dank. Und die letzte Stellungnahme, Frau Dr. Steinl, bitte. Ihr Eingangsstatement. Vielen Dank, sehr geehrte Abgeordnete. Im Namen des D&B bedanke ich mich für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Der vorliegende Antrag macht deutlich, dass es sich bei Femiziden um ein strukturelles Problem handelt, das einen grundlegenden gesellschaftlichen Bewusstseinswandel zum Thema Geschlechts- ohne Gewalt erforderlich macht. In Deutschland treten Femizide meist in Gestalt von Trennungstötungen auf. Hier werden Frauen getötet, weil die Täter es ihnen nicht zugestehen wollen, ein selbstbestimmtes, von ihnen getrenntes Leben zu führen. Die Taten sind damit Ausdruck eines patriarchalen Besitzanspruchs und einer Vorstellung von geschlechtsbezogener Ungleichwertigkeit. Der D&B kritisiert auch den strafrechtlichen Umgang mit solchen Fällen. Noch immer wird laut BGH der Umstand, dass die Trennung vom Tatopfer ausgegangen ist, als gegen die Niedrigkeit des Beweggrundes sprechend beurteilt. Jeder Mensch hat jedoch das Recht, frei darüber zu entscheiden, mit wem sie oder er eine Partnerschaft eingeht und aufrechterhält. Mit der Tötung der sich trennenden Frau setzt sich der Täter über diese grundlegende gesellschaftliche Wertentscheidung hinweg. Das Angriffen der Ablehnung eines Mordmerkmals an diese höchst persönliche Entscheidung ist nicht nur ein zweifelhaftes Signal, sondern steht unseres Erachtens auch in einer Tradition der Privilegierung von Partnerschaftsgewalt. Das widerspricht nicht zuletzt den Wertungen der Istanbul-Konvention, die eine strafschärfende Berücksichtigung erfordern. Als gesetzgeberische Maßnahme fordert der DOB daher eine klarstellende Ergänzung von Paragraf 46 StGB. Dort sollten auch geschlechtsspezifische Beweggründe aufgenommen werden, um die Strafverfolgungsbehörden dafür zu sensibilisieren. Eine solche Änderung hätte Signalwirkung für die Rechtsprechung. Geschlechtsspezifische Beweggründe liegen dann vor, wenn sich eine Tat gegen eine Person aufgrund ihres Geschlechts richtet. Dazu gehören auch Taten, die dadurch motiviert sind, dass das Opfer sich nicht den gesellschaftlich geprägten Rollenbildern und Verhaltensweisen fügt. Taten gegen Transpersonen fallen darunter, ebenso wie das Absprechen einer gleichwertigen Berechtigung, frei und selbstbestimmt zu leben, werter im Fall von Femiziden. Wir sind zudem der Auffassung, dass viele der Probleme bei der rechtlichen Handlung von geschlechtsspezifischer Gewalt ihre Wurzel auch im Unwissen über das Phänomen haben. Wir fordern deshalb verpflichtende Fortbildungen zu diesem Thema für Polizei, Staatsanwaltschaft und Justiz. So wichtig eine angemessene strafrechtliche Reaktion auch ist. Uns muss klar sein, dass im Vordergrund der Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt ganz klar die Prävention stehen muss. Zahlreiche Fälle ließen sich bei zutreffender Beurteilung der Gefahrenlage und bei einer Effektivierung des Opferschutzes verhindern. Deshalb sind unter anderem folgende Präventionsmaßnahmen besonders wichtig. Eine Verbesserung der statistischen Datengrundlage, die flächendeckende Einführung eines interdisziplinären Fallmanagements, die quantitative und qualitative Ausbau der Unterstützungsstruktur und deren gesicherte und dauerhafte Finanzierung, Maßnahmen der Täterarbeit, die Bekämpfung von patriarchalen Denkmustern und Geschlechterstereotypen auf gesamtgesellschaftlicher Ebene durch regelmäßige öffentliche Kampagnen und die Verankerung von Gleichstellungsthemen und Wissen zum Thema geschlechtsbeziehungswohne Gewalt in den offiziellen Lehrplänen auf allen Ebenen des Bildungssystems. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank. Das war eine Punktlandung. Und wir kommen jetzt zur Frage- und Antwortrunde von 60 Minuten. Ich rufe die Fraktionen nacheinander auf. Ich will noch mal daran erinnern, dass die Frage und Antworten, dass sie in dem Zeitbudget enthalten ist, möchte Sie auch noch mal bitten, dass Sie maximal zwei Fragen an die Sachverständigen richten. Wir beginnen mit der CDU-CSU-Fraktion. Zehn Minuten und Frau Pantl hat das Wort. Ja, ich begrüße Sie auch alle recht herzlich und ich komme direkt zur Frage an Prof. Dr. Thomas Fischer. In allen Opfertabellen der polizeilichen Kriminalstatistik wird das Geschlecht ausgewiesen, sodass sämtliche Kriminalstatistiken Daten zu Gewalt an Frauen verfügbar sind. Wenn ich Sie richtig verstehe, halten auch Sie eine Weiterung des Lagebilds für nicht erforderlich. Sie schreiben, dass unsere Statistiken hochentwickelt und differenziert sind. Können Sie hier darstellen, warum die polizeilichen Kriminalstatistiken aus Ihrer Sicht in Ihrer heutiger Form so hochentwickelt und differenziert bleiben sollen? Und dann halten Sie eine höhere Bewertung, so wie das eben eine Kollegin gesagt hat, wenn eine Frau, also rechtlich betrachtet, ermordet wird für verfassungsgemäß oder nicht. Also, dass man hier Geschlechtermorde unterschiedlich bewertet. Und Frau Dr. Steinel schreibt in Ihrer Stellungnahme die Rechtsprechung verneint niedrige Beweggründe. Wenn Gefühle der Verzweiflung und Enttäuschung bestimmt für die Tötung der Partnerin sind. Warum ist das aus Ihrer Sicht unzutreffend? Können Sie uns sagen, was aus strafrechtlicher Sicht niedrige Beweggründe sind? Was versteht die Rechtsprechung darunter? Und dann bei Frau Dr. Schröter wollte ich nachfragen. Sie schreiben, eine Erweiterung der Kategorie der Polizeikriminalstatistik wäre begrüßenswert. Sie haben eben gesagt, Femizide würden Sie also nicht als positive Veränderung werten. Wie werden Ehrdelikte derzeit statistisch erfasst? Wo sind Ihrer Meinung nach unsere derzeitigen Statistiken Erhebungen nicht ausreichend? Sie leiten beim Landespräventionsrat Hessen die Arbeitsgruppe Ehrgewalt? Was genau erarbeitet Ihre Gruppe? Ich belasse das dann erst mal. Herr Professor Fischer, Sie haben das Wort. Zur Frage der Lagebilder. Es ist natürlich nie genug geforscht. Das ist ja ein allgemeines Kennzeichen der Wissenschaft. Und man kann selbstverständlich alles immer noch wesentlich stärker ausdifferenzieren. Mir scheint es so, dass die polizeilichen Kriminalstatistiken inklusive des Lagebilds häusliche Gewalt und Partnerschaftsgewalt relativ aussagekräftig sind. Wir sehen keine, wie ich teilweise gesehen habe, keine ständige Steigerung der vollendeten Tötungen, sondern eher einen Rückgang der vollendeten Tötungen. Aber wir sehen natürlich eine deutlich verschobene Täter-Opfer-Anteile bei den Männern und Frauen, was aus ganz verschiedenen Gründen hat. Und die absoluten Zahlen kennen wir auch. Das heißt, ich will es im Einzelnen ausführen, wer immer sich mit der polizeilichen Kriminalstatistik und vor allen Dingen auch der Justizstatistik beschäftigt, findet darin eine große Vielzahl von Daten, die für die Diskussion ausreichend, also nützlich sind. Man kann natürlich viel weitergehen noch, aber die Frage ist, ob die polizeiliche Kriminalstatistik jetzt wirklich der Ort ist, an dem man zum Beispiel gesellschaftliche Hintergründe ausdifferenzieren sollte in statistischer Form. Wie sollte man das machen, einzelne Fälle jetzt so weit auf die Spur zu kommen, dass man Motivationsstrukturen und Herkunftsstrukturen und Entwicklungsstrukturen einzelner Fälle in die Statistik aufnimmt. Das würde ich für weit überzogen halten. Forschung ist gut, aber ich glaube nicht, dass die PKS dafür der richtige Ort ist. Höhere Bewertung der Frauen ist der zweite Teil. Ja, natürlich nicht. Wenn man den 46.2 ergänzt, nur den kann man immer alles Mögliche ergänzen. Da kann man auch reinschreiben und wer besonders kinderfeindlich ist, soll auch besonders hart bestraft werden und wer noch irgendwelche schlimmen Dinge tut oder will oder denkt, das soll auch hart bestraft werden. Allerdings sind das ja alles nur Beispiele. Und wir wissen ja schon aus der Wertverdienungsformulierung des 46.2 StGB, dass es sich dabei weitgehend um symbolische Beispiele handelt. Also man muss ja Richtern und Richterinnen jetzt nicht wirklich per Gesetz minteilen, dass sie den Fall, den Einzelfall prüfen und die Motivationen der Leute prüfen sollen, die sie verurteilen. Gerade in Schwurgerichtskammern, die sich mit Tötungsdelikten beschäftigen, ist es wirklich gut vertraut. Und damit zum letzten Punkt, das ist die Rechtsprechung insgesamt. Ich habe mehrfach gelesen, insbesondere auch bei der Frau Dr. Lemke und habe es auch vielfach schon gehört, dass die Revisionsrechtsprechung insgesamt außerordentlich schlecht und unzureichend sei, weil sie den Begriff der niedrigen Beweggründe falsch ansehen. Das halte ich 20 Jahren revisionsrechtlicher Erfahrung für schlicht und ergreifend unzutreffend. Und ich habe auch nicht 52 oder 42 Urteile gesehen, die sich mit Tötungen und Partnerschaftstötungen und Ähnlichem beschäftigen, sondern viele Hundert. Und die meisten davon werden natürlich nach 349.2 im Schlusswege entschieden. Wie sieht überhaupt niemand? Es ist absolut die Regel, dass Eifersuchstötungen vom Bundesgerichtshof als besonders niedriger Beweggrund angesehen werden. Wobei man immer dazu sagen muss, das Töten eines Menschen ist ja schon an sich eine ziemlich niedrige Tat, die ja auch deshalb mit Freiheitsstrafe bis zu 15 Jahren bestraft wird. Es geht ja nicht darum, zu sagen, Töten ist entweder ganz in Ordnung oder es ist Mord. Darum geht es ja nicht, sondern es geht ja darum, ob ein niedriger Beweggrund vorliegt. Aus Gründen, die in der Motivation des Täters liegen, die deshalb natürlich relativ stark subjektiv geprägt sind und die von einer, wie die Rechtsprechung immer wieder sagt, von einer auf tiefster sittlichen Stufe stehenden Motivation geprägt sind. Das kann im Einzelfall selbstverständlich ausreichen, zu sagen, wenn ich dich nicht haben kann, dann darf ich kein anderer haben. Das ist die ganz typische Metapher dafür, dass man sagt, das ist ein niedriger Beweggrund und das wird regelmäßig so verurteilt. Und die Entscheidungen, die Frau Lentjen im Gutachten zitiert, sind ja Revisionsentscheidungen und nicht etwa tatgerechtliche Entscheidungen. Da wurden Dinge aufgehoben und zurückverwiesen, weil ein Landgericht zum Beispiel Motivationsbündel nicht berücksichtigt oder überhaupt nicht erwähnt hat, dass solche vorkommen könnten. Daraus ergibt sich mitnichten, dass der jeweilige Strafsenat nur der Ansicht ist, diese Tötung sei nun sicher kein Mord gewesen. Also man muss schon ein bisschen Revisionsrecht berücksichtigen, wenn man Revisionsrecht nicht beurteilen will. Ich glaube nicht, dass das ausreicht. Und ich glaube wirklich, dass es erforderlich ist, im Rahmen des Paragraf 211, wie immer man den im Einzelnen beurteilen will, und bei dem Begriff der niedrigen Beweggründe darauf abzustellen, dass es auf die individuelle Konstellation und auf die individuelle Schuld des Täters ankommt. Ob das jetzt Verzweiflung heißt oder Hoffnungslosigkeit oder Eifersucht oder Wut oder Hass, das ist vollkommen egal. Das sind alles nur Begriffe. Es geht darum, die Wirklichkeit zu erfassen. Und eine Verzweiflung kann selbstverständlich auch niedrig sein. Und eine Eifersucht kann im Einzelfall mal nicht niedrig sein. All das kommt in der Wirklichkeit vor. Und ich glaube, wenn man einfach mit schematischen Begriffen hergeht und sagt, wenn eine Frau getötet wurde, ist es Femizid. Und zweitens, wenn es Femizid ist, ist es ein niedriger Beweggrund. Dann wird man den Dingen nicht gerecht. Dankeschön. Frau Dr. Steinl, bitte. Ihre Antwort. Richtete sich die Frage an mich. Ich hatte das so verstanden, als ob Herr Fischer gebeten wird, diese Einschätzung. Frau Dr. Schröter, die waren noch hier. Aber ich dachte, Frau Dr. Steinl. Okay, dann habe ich Sie falsch verstanden. Also Dr. Schröter, bitte. Ich werde jetzt nur auf einen speziellen Punkt eingehen, weil wir auch zeitlich ein bisschen begrenzt sind. Und wie ich schon eingangs ausgeführt habe, Morde an Frauen resultieren aus sehr unterschiedlichen Motiven heraus. Alle, nicht alle, aber viele davon sind in patriarchalischen Denkweisen verankert. Aber auch das erklärt noch nicht vieles, weil auch patriarchalische Denkweisen sind nun nicht völlig homogen, sondern das sind auch sehr unterschiedliche Dinge. Ich war der Meinung, bin es auch immer noch, dass in dem Antrag gerade der Punkt der Ehrgewalt unterrepräsentiert ist. Es wird zwar in einem Halbsatz darauf Bezug genommen, aber letztendlich nicht in der Weise, die dem Thema angemessen ist. Meiner Meinung nach insbesondere, weil Gewalt im Namen der Ehre ja einen Vorlauf hat. Ein Vorlauf hat, der nicht immer zum Tod führt. Tod ist oder Mord ist, ist dabei wahrscheinlich eine große, große Ausnahme. Aber in der Prävention, wenn wir wirklich verhindern wollen, dass Frauen und Mädchen getötet werden oder auch Männer und Jungen getötet werden, weil sie bestimmten traditionellen Vorstellungen nicht entsprechend dagegen verstoßen, weil sie das Recht auf ein eigenes Leben, auf einen eigenen Lebensstil in Anspruch nehmen, dann müssen wir sehr viel weitergehen, dann müssen wir uns den gesamten Komplex anschauen, den gesamten Komplex der Legitimität von Gewalt, wenn gegen bestimmte Vorstellungen verstoßen wird. Und die Istanbul-Konvention nimmt beispielsweise explizit Bezug auf Kinderheiraten, das ist beispielsweise oder Zwangsheiraten. Das ist jetzt nicht Gegenstand gewesen. Ich bin aber der Ansicht, dass wir da eine Lücke haben. Sie kommen zum Schluss, bitte. Ja, das ist auch das Ergebnis der Arbeitsgruppe, die ich in Hessen leite. Wir haben festgestellt, uns fehlen schlicht und ergreifend empirische Daten in einem ausreichenden Umfang, sodass wir Maßnahmen, einen Maßnahmenkatalog entwickeln können, der spezifisch... Vielen Dank. Ich muss jetzt leider die Zeit, die ist abgelaufen, schon über eine halbe Minute. Frau Dr. Schröter, es tut mir leid. Wir haben nachher noch eine Fragerunde. Die nächste Fragerunde der AfD rufe ich auf. Acht Minuten. Frau Harder-Kühnel, bitte. Ja, ganz herzlichen Dank erst mal an die Sachverständigen. Meine erste Frage geht an Professor Schröter. Man hört immer wieder, die Einschätzungsgewalt gegen Frauen unabhängig vom sozialen Status, von Finanzen oder dem Bildungsstatus wäre. Die Statistiken sprechen da allerdings eine ganz andere Sprache. Welche Erkenntnisse und konkreten Zahlen haben Sie bei folgenden Fragen? Zum einen, wie hoch ist der Anteil der Täter, die einen niedrigen und die, die einen hohen sozialen Status besitzen? Und zweitens, wie viele Stamm aus patriarchalisch geprägten Herkunftsländern, insbesondere orientalische, wie viele sind ohne Migrationshintergrund? Die zweite Frage geht an Frau Herold. Wie hoch ist in der Regel der Anteil der Frauen mit Migrationshintergrund in den Frauenhäusern? Und sind Frauen aus dem orientalischen Kulturkreis besonders häufig vertreten? Zweite Frage. Funktioniert in der Praxis das Zusammenspielen von Frauenhäusern, Frauenberatungsstellen, Polizei und gegebenenfalls Jugendämtern? Oder welche Verbesserungen könnten Sie sich hier vorstellen? Dann noch zwei. Ja, sonst ist Ihre Zeit dann rum. Sie wollen noch die Antwort dazu hören. Also wir fangen an mit Professor Schröter, bitte. Mikro anmachen, bitte. Okay. Wie ich schon sagte, das Problem ist, dass wir keine ausreichende empirische Datenbasis haben. Wir können nicht wirklich lückenlos sagen, so und so viele Frauen haben Migrationshintergrund. Wir wissen aber, und das wissen wir zumindest aus Hessen, weil wir dort auch die Vertreter und Vertreterinnen von Schutzeinrichtungen am Tisch mithaben, dass Frauen mit Migrationshintergrund in besonderer Weise vulnerable sind, gefährdet sind. Und das ist auch der Grund, weshalb wir, und dafür plädiere ich ja jetzt auch hier, weshalb in einem bestimmten Segment von Gewalt gegen Frauen, aber eben auch nicht nur gegen Frauen, von patriarchaler Gewalt, sagen wir mal, weshalb da Daten nachgeliefert werden müssen, damit spezifische Schutzeinrichtungen, spezifische Beratungsangebote aufgestellt werden können. Es ist ein Unterschied, ob man gleich am Ende der Gewaltkette ist, wo es dann tatsächlich um Mord geht oder Morddrohung, oder ob man schon frühzeitig anfängt, wo Menschen aus dem familiären Kontext heraus untersagt wird, ein eigenes Leben zu führen, die Schule zu Ende zu machen, den eigenen Partner zu wählen, Freizügigkeit in Anspruch zu nehmen, etc. Und da scheint es tatsächlich so zu sein, dass das eben auch in Schutzeinrichtungen besonders viele Frauen mit Flucht- und Migrationsbiografie sind. Vielen Dank. Frau Herold, bitte. Ihre Antwort. Ja, in den Frauenhäusern haben wir einen recht hohen Anteil von Frauen mit Flucht- und Migrationserfahrung. Der liegt mittlerweile bei fast 70 %. Man muss dazu aber wissen, dass Frauenhäuser ein spezielles Segment von Hilfe und Unterstützung anbieten. Das richtet sich insbesondere an hochgefährdete Frauen, aber eben auch an Frauen, die besonderen Unterstützungsbedarf haben und die wenig eigene Ressourcen haben, um sich aus der Gewaltsituation zu befreien und sich eine gewaltfreie Perspektive aufzubauen. Und das sind häufig Frauen mit Flucht- und Migrationserfahrungen, weil ihnen einfach das stützende soziale System oder familiäre System in Deutschland fehlt. Also das ist nicht verwunderlich. Das sind etwa 70 %. Zu Ihrer zweiten Frage, das Zusammenspiel von Frauenhäusern, Polizei und Jugendämtern ist auf jeden Fall an verschiedenen Orten noch verbesserungsbedürftig. Das ist eine sehr heterogene Situation. An vielen Orten klappt es super. Da sind insbesondere die runden Tische oder Kooperationsgremien ein wichtiger Motor für eine Verbesserung der Zusammenarbeit. An anderen Orten klappt es nicht. Was wir auf jeden Fall sagen können, wenn die Hilfeeinrichtungen nicht die Möglichkeit haben, regelmäßig Kooperationsgespräche bzw. Fortbildungsveranstaltungen im Rahmen der Polizei zu machen, hat das ziemlich schnell auch Auswirkungen auf die Fallzahlen, also auf die Weitervermittlung ins Hilfesystem, sowohl an Frauenhäuser als auch an die Interventionsstellen, die ja nach Polizei ansetzen, aktiv werden. Vielen Dank. Nächste Frage, Frau Harder-Kühnel. Die geht an Frau Klemm. Die ersten drei Monate nach einer Trennung sind für Frauen die gefährlichsten, sagen Experten. Diese Gefahr unterschätzen sowohl Frauen als auch Behörden. Können Sie diese Aussage aus Ihrer Praxis bestätigen? Und welche Ratschläge würden Sie Frauen geben, die sich trennen wollen? Und häufig wird das Umgangsrecht mit Kindern für ein aggressives Trennungs-Stalking genutzt. Welche Änderungen brauchen wir hier im Familienrecht, damit Frauen effektiv geschützt werden können und auch die Kinder? Vielen Dank. Dankeschön. Frau Klemm, Sie haben noch zweieinhalb Minuten, bitte. Ich kann vielleicht sagen, aus meiner Erfahrung kommen Menschen aus allen sozialen Herkünften. Das können die, also aus allen Gruppierungen, da gibt es überhaupt gar keine Schwerpunkte. Und ich habe mein Büro mitten in Kreuzberg. Ich habe auch Zugang oder Personen aller Herkünfte haben Zugang zu mir. Die Gefährlichkeit, das wissen wir aus vielen Analysen, ist um die Trennung herum. Das Problem ist aber, dass wir genau bestimmte Sachen noch nicht genau wissen und erst mal richtig strukturiert analysieren müssen. Die Frage ist, wir wissen von Hochrisikosituationen. Häufig sind das auch Schwangerschaften. Häufig ist das eben bei der Trennung. Häufig ist es auch, wenn die Frau im Gegensatz zum Mann einen Karrieresprung hat. Es gibt viele verschiedene Faktoren, die ein hohes Risiko in sich bergen. Wir wissen, dass die Trennung eben eines der größten Risiko oder einer der größten Risikofaktoren ist. Und da brauchen wir, ich rate, ich kann meinen Mandanten ja schlecht etwas raten. Ich kann Ihnen versuchen, Hilfe oder Sie in dieses Unterstützungssystem zu begleiten. Frauenhäuser sind der Schritt, aber das können eben nicht alle Frauen. Es gibt viele Hindernisse. Es gibt keine ausreichende Barrierefreiheit im Frauenhaussystem. Es gibt zum Beispiel das Problem, was ist, wenn man männliche Jugendliche hat, die kann man nicht mitnehmen in die Frauenhäuser. Was ist mit Dingen wie Haustieren? Was ist mit dem Arbeitsplatzverlust, dem Kita-Verlust? Also es gibt tausend Gründe, nicht in ein Frauenhaus gehen zu können. Oder auch jetzt gerade zum Beispiel in Pandemiezeiten die große Sorge auch, sich möglicherweise selbst anstecken zu können, etc. Also es gibt, das Hilfesystem muss sehr viel mehr bieten als Frauenhäuser. Es muss andere Schutzmöglichkeiten, es muss finanzielle Unterstützungen geben. Es muss eben auch sehr viel niedriger, niedrigschwelliger noch gehen, als es die Frauenhäuser selbst leisten können. Und wir brauchen dann natürlich auch effektiven Rechtsschutz. Also wir brauchen und auch polizeiliche Maßnahmen. Also wir können natürlich Schutzprogramme, die gibt es ja in manchen Städten, noch ganz andere Schutzprogramme. Das ist aber sehr, sehr unausgereicht auf die Fläche. Also tatsächlich zu sagen, wir brauchen polizeilichen Schutz. Und dafür ist Grundvoraussetzung, zuerst zu erkennen, wie gefährlich tatsächlich diese Situationen sind, wie gefährlich die Situation für eine Frau immer noch ist, sich von ihrem eigenen Mann oder Partner zu trennen. Und es gibt aber auch Monate später, und gerade das ist auch ein wichtiger Punkt, in den familienrechtlichen Auseinandersetzungen wird in der Regel Umgang gefährdet. Es wird immer noch behauptet, nur weil jemand die Frau geschlagen hat, ist er noch kein schlechter Vater und kann ja Umgang mit den Kindern haben. Sie kommen bitte zum Schluss. Sie kommen häufig zu Gewalt und eben auch immer wieder zu Tötungen. Vielen Dank. Damit sind wir bei der Fragerunde der SPD-Fraktion. Sieben Minuten. Leni Breymeier, bitte. Schönen Dank und schönen guten Tag auch an die Kolleginnen und Kollegen und an die Sachverständigen. Vielen Dank auch für ihre Expertise schriftlich und mündlich vorgetragen. Ich habe als erstes eine Frage an die Frau Herold. Frau Herold, die Veränderungen des Strafgesetzbuchs sind die eine Sache. Die andere ist, wie können wir verhindern, dass es überhaupt zu solchen Taten kommt? Es ist eins. Sie haben eingefordert Investitionen in Gewaltschutz. Wir haben jetzt gerade auch gehört, wir müssen die patriarchalen Denkmuster bekämpfen. Was glauben Sie, wie können wir mit Blick auf die Prävention solcher Taten effektiver werden? Und dann noch sind Sie ja fast alle einig, wir brauchen eine systematische und breite Datenerfassung zu Femiziden. Wo sollte diese aus Ihrer Sicht angesiedelt sein? Weil das eine kurze Antwort ist. Noch eins dazu. Wie beurteilen Sie die aktuelle Sensibilisierungs- und Informationskampagne der Bundesregierung? Heike Herold, bitte. Ja, das Thema Prävention. Ich glaube, wir kommen nicht drum herum, dass wir eine gesamtgesellschaftliche Veränderung bezüglich des Bildes von den Geschlechtern haben und der Rollenverständnis, also wirkliche Gleichstellung, glaube ich, der Geschlechter und eine Sensibilität für bestimmte Rollenbilder. Das wird die große Aufgabe sein. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, auf den wir dahin kommen, dass sich langfristig etwas ändert am Gewaltaufkommen gegen Frauen und Mädchen, aber eben auch an den Tötungsdelikten als Spitze des Eisberges. Das ist ein großer Anstrengung. Das wird auch eine Weile dauern, aber es muss dringend angepackt werden. Zu der Frage Monitoring. Wir haben in unserer Stellungnahme deutlich gemacht, wir sehen es als sinnvoll an, dieses Monitoring einzubinden in das Gesamtmonitoring zur Istanbul-Konvention. Denn die gibt uns ja insgesamt für das ganze Handlungsfeld auch die Vorgaben. Und insofern ist aus unserer Sicht die Monitoringstelle, die zur Begleitung der Umsetzung der Istanbul-Konvention eingerichtet werden soll. Genau der richtige Ort, um da auch Querverbindungen zu anderen Themen, zu anderen systematischen Erhebungen zu finden. Ja, und das Thema Sensibilisierungskampagne der Bundesregierung. Jede Sensibilisierung für unser Thema ist hoch willkommen. Ich kann nicht einschätzen, wie effektiv sie ist. Da müssten andere Parameter angelegt werden. Wir haben über Jahrzehnte wesentlich zu wenig in diesem Bereich gehabt und sind sehr froh darüber, dass die Bundesregierung, aber auch verschiedene private Investoren, ich denke da zum Beispiel an die Initiative Sicherheim, die sehr viel Plakate geklebt hat. Es ist einfach gut, dass die, nicht nur die Bundesregierung oder Landesregierung das Thema aufgreifen. Es ist ein wesentlich weiterer Schritt, als wenn wir als Hilfesystem dieses Thema in die Öffentlichkeit tragen, ausschließlich. Und darüber scheinen wir hinweg zu sein. Und selbst Teile der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft greifen das Thema auf. Wir hoffen, dass das so anhält und nicht nur eine kurze Sternschnuppe in Zeiten von Corona war, sondern dass das über längere Zeit uns systematisch erfolgt und auch entsprechend systematisch ausgewertet wird. Danke schön. Dann noch eine Frage an Frau Dr. Schröttle. Sie sind ja unmittelbar am Projekt FemUnited zur Prävention von Femiziden auf nationaler und europäischer Ebene an der Uni Erlangen-Nürnberg beteiligt. Und Ziel ist es, in Kooperation mit Vertreterinnen und Vertretern anderer Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene und europäischer Ebene Strategien zur Verhinderung von Tötungsdelikten an Frauen zu entwickeln und zu stärken, sowie diese in die Praxis und Politik zu implementieren. Wir haben auch vorher was gehört zu Lateinamerika und Kanada. Könnten Sie uns in zwei Minuten 46 einen Einblick in Ihre Arbeit geben? Bitte. Ja, also wir arbeiten jetzt schon seit sieben Jahren auf europäischer Ebene zu dem Thema. Wir haben gesehen, dass wir sehr viel von anderen Ländern lernen können, also indem wir einfach über den Tellerrand unseres eigenes Lagen hinaus schauen und auch anknüpfen können an zum Beispiel rechtliche Veränderungen, Datensammlung und auch Präventionsmaßnahmen aus anderen Ländern. Das Projekt FemUnited nutzt die Datensammlung des European Observatory on Femizide, das ist eine international abgestimmte und auch methodisch ausgereifte Datensammlung ist, zu Tötungsdelikten an Frauen, zeigt auf, was es eigentlich ist und was der Hintergrund ist und welche Tötungsdelikte in welchem Zusammenhang auch vorkommen. Und wir bauen dann darauf gemeinsam eine Kampagne auf, also Öffentlichkeitskampagnen, die in den jeweiligen Länderkontext auch implementiert werden in 2022, 2023. Parallel werden noch multiprofessionelle Schulungen digital entwickelt für alle Länder, auch übrigens für den ganz wichtigen Bereich des Journalismus, der Medien, damit auch anders über die Tötungsdelikte berichtet wird, eben nicht als Familientragödien, sondern eben auch vor dem Hintergrund patriarchalischer Wertvorstellungen. Und im letzten Bereich ist es dann so, dass wir für alle Länder Stakeholders zusammenholen, also aus den einzelnen Ländern, Politik, Verwaltung, Justiz, um da auch nochmal notwendige Veränderungen auf der nationalen Ebene zu diskutieren. Aber es ist einfach sehr gut, dass wir auf der internationalen Ebene das vorbereiten, weil einfach inzwischen schon viel Wissen da ist. Wir wissen zum Beispiel, in Spanien hat es sehr gut geklappt, eine Delegitimierung der Tötungsdelikte an Frauen in Partnerschaften. Auch in Italien hat es zum Beispiel sehr gut geklappt. Es ist inzwischen in einigen Ländern auch nicht mehr so eine Toleranz dafür, dass etwas passieren kann, sondern es wird auch mit Ächtung und mit Befremden gesehen, wenn jemand so eine nahe Person wie die Partnerin tötet. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und wir hoffen natürlich, dass unsere Aktivitäten sich dann in der Breite der Bundesländer und auch des Bundes entfalten und dass wir da auch entsprechende Unterstützung bekommen. Letzter Punkt, vielleicht nochmal der letzte Punkt, aber den würde ich gerne nochmal ganz kurz aufgreifen. Die BKS ist natürlich toll, dass wir die haben, eine BKS-Auswertung zur Partnerschaftsgewalt. Aber natürlich ist es auch selbstverständlich, wir haben jetzt die Istanbul-Konvention und da ist ganz klar vorgesehen, dass eigentlich alle geschlechtsspezifischen Gewaltdelikte erfasst werden müssen. Und da hätten wir in Deutschland auch auf der Ebene der polizeilichen Kriminalstatistik viel mehr. Auch solche Punkte werden wir in unseren Kampagnen dann aufgreifen. Vielen Dank. Damit sind wir bei der Fragerunde der FDP-Fraktion. Sieben Minuten. Frau Bauer, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Meine Frage geht an die Frau Lemke und zwar aus der polizeilichen Kriminalstatistik geht ja hervor, dass bei der Partnerschaftsgewalt in Deutschland oder in Dunkelfeld mehr Männer ihre Partnerinnen töten, als das umgekehrt der Fall ist. Welche Schlüsse ziehen sie daraus? Und mich würde Ihre Einschätzung interessieren zu dem Thema Einstufung eines Mordes oder eines Tötungsdeliktes. Im Hinblick auf die Anwendung der niedrigen Beweggründe, inwiefern da auch neueste Beschlüsse vom Bundesverfassungsgericht vorhanden sind. Dankeschön. Frau Lemke, bitte. Sehr gerne. Vielen Dank. Die polizeiliche Kriminalstatistik weist tatsächlich einige Daten aus, mit denen wir ein wenig etwas anfangen können. Allerdings zum Beispiel bei der Partnerschaftsgewalt immer noch nicht die Unterscheidung zwischen versuchter und vollendeter Tötung, was ausgesprochen störend ist. Und was die PKS derzeit nicht leistet, ist Geschlecht wirklich als Querschnittskriterium zu anderen Kriterien zu setzen. Und das kann man auch nicht ausgleichen, indem man sie fünfmal liest und darüber nachdenkt, sondern diese Daten müssen generiert werden, damit wir mehr wissen. Es macht sehr den Eindruck, als sei es irgendwie wichtiger, noch in die letzte Verästelung die Frage der Staatsangehörigkeit der Täter zu erforschen. Das ist auch bestimmt relevant. Aber tatsächlich die Frage, wann wo Geschlecht eine Rolle spielt, würde ich persönlich für relevanter halten, jedenfalls nicht für weniger relevant. Die polizeiliche Kriminalstatistik zeigt einen deutlichen Überhang sozusagen von männlichen Tätern in Beziehungsdelikten. Sie zeigt aber nicht, welche Situationen eigentlich zu Tötungen in Beziehungsdelikten führen. Und das scheint mir auch noch mal ein wichtiger Punkt, denn der hat wesentlichen Einfluss auf die rechtliche Beurteilung. Tatsächlich ist die Trennungstötung oder vielleicht eher der Trennungsmord, das kommt dann eben auf die rechtliche Wertung an. Der häufigste Fall von männlichen Tötungsdelikten in Beziehungen, während wenn Frauen in Beziehungen töten, passiert das kaum jemals, weil der Mann sie verlassen will, sondern im Gegenteil doch eher häufiger, weil sie gerne den Mann verlassen würden, die es aber nicht möglich ist, weil sie in einer Misshandlungsbeziehung leben. Da kann es zu Tötungsdelikten kommen. Es gibt natürlich auch die Delikte bei Männern und bei Frauen, wenn sie einen Partner töten. So was wie finanzielle Scheidungsfolgen sind ein Problem. Die spielen aber keine große Rolle. Also im Vergleich zu den anderen Motivationen. Wie ist das jetzt, wenn wir eben den häufigsten Fall männlicher Tötungsdelikte in Beziehungen vor uns haben, nämlich die Trennungstötung? Wie ist die rechtliche Bewertung? Es ist immer schön, wenn man Revisionsrecht kann. Kann ich. Es ist natürlich auch schön, wenn man nicht diskriminierende Rechtsanwendungen kann. Und wenn man sich die Urteile des Bundesgerichtshofes und der Landgerichte anguckt, dann fallen einem mehrere Dinge auf. Zum einen ist es ja so, die niedrigen Beweggründe sind ein problematisches Mordmerkmal. Sind sie schon immer gewesen? Sind sich alle einig? Natürlich gibt es lange Texte drüber in der juristischen Literatur, weil sie eben so eine Neigung haben, ausgefüllt zu werden mit moralischen Bewertungen oder mit persönlichen Ansichten, was ja dann oft in eins fällt. Deshalb gibt es mehrere Ebenen, die zu prüfen sind, wenn man niedrige Beweggründe prüft. Die erste Ebene ist das objektiv, was da passiert, als niedriger Beweggrund sozusagen geeignet. Ist das zu prüfen? Wenn ein Mann seine Frau tötet, seine Frau tötet, weil sie ihn verlässt oder verlassen will, dann ist das immer auf objektiver Ebene ein niedriger Beweggrund. Es ist ein Femizid und es ist ein niedriger Beweggrund. Das sagt aber noch nichts darüber aus, ob ich am Ende des Tages wegen Mordes verurteile, sondern dann schließt sich an diese Prüfung selbstverständlich wegen dem individuellen Schuldprinzip die Prüfung an, was mit der konkreten Tatsituation und dem Täter ist. Da kann ein Motivbündel eine Rolle spielen und am Ende dieser Prüfung kann, ich würde aber sagen eher als Tatsituation, als Ausnahme, als Regel stehen, dass es sich nicht um niedrige Beweggründe handelt, weil spezifische Umstände des Einzelfalles uns dazu führen, dass wir sagen, nein, in dem Fall aber nicht. Die Rechtsprechung agiert hier ganz anders. Zum einen wird schon auf objektiver Ebene verneint, dass es überhaupt ein niedriger Beweggrund sein könne, und zwar besonders dann, wenn die Trennung vom Tatopfer ausgeht. Das ist sicherlich nicht vereinbar mit dem geltenden Recht, was wir hier vor uns haben. Wenn wir vielleicht mal über Strafgesetzbuch hinaus schauen, gelten auch noch andere Gesetze in Deutschland, zum Beispiel die Istanbul-Konvention. Das Zweite ist, es wird total gerne die Objektive mit der subjektiven Ebene vermischt. Allerdings hauptsächlich, wenn die Täter weiße deutsche Täter sind. Auch das ist auffällig. Gelingt es irgendwie, die Tötung, und das passiert auch bei Trennungstötungen sehr häufig, zum Ehrenmord zu machen, indem man sagt, ja, der verlassene Mann habe also diese Trennung jetzt als Ehrverletzung empfunden, und das sind nicht die weißen deutschen Männern, denen das nachgesagt wird, dann ist die Prüfung komischerweise irgendwie beendet. Dann ist man in der Lage, sofort zu sagen, es ist ein niedriger Beweggrund, und eigentlich ist man auch schon so ein bisschen fertig. Das ist alles sehr bedenklich und führt uns vor allem nicht weiter. In dem Moment, wo wir unter Femiziden und unter verwerflichen Tötungen irgendwie immer nur Ehrenmorde verstehen, da versuchen wir etwas von uns fernzuhalten, was uns eigentlich relativ nahe ist. Nämlich den Umstand, sich klarzumachen, geschlechtsspezifische Gewalt findet in allen Bevölkerungsgruppen statt, sie findet in allen sozialen Gruppen und in allen Milieus statt. Ich habe letzte Woche, Sie haben es vielleicht gesehen, am Freitag einen Beitrag auf Zeit Online geschrieben, und ich habe mit ganz großem Interesse die Kommentare dazu gelesen. Ich bekomme auch E-Mails seitdem, und da erzählen Frauen auch von ihren Erfahrungen, und zum Teil schreiben sie, weil der Artikel eben ein bisschen darauf abzielt. Auch übrigens, der Mann, der da mit dem Messer in der Hand vor mir stand, war ein weißer Akademiker. Also Vorsicht damit, das auszulagern. Wir werden es nie wirksam bekämpfen, wenn wir glauben, das sei das Einzige, was zu bekämpfen ist. Die Rechtsprechung macht sich natürlich auch unglaubwürdig, wenn sie unterscheidet zwischen Ehrenmord einerseits, wo sie so ein ganz sicheres Setting hat und niedrigen Beweggründen, Trennungstötung, wo das dann alles unsicher wird und der Ausgang relativ zufällig wird. Und das ist wichtig, dass die Rechtsprechung, natürlich kann die Signalfunktion nicht über die Entscheidung des konkreten Einzelfalls gehen, nach dem Motto bestraft sie, damit wir eine Signalfunktion haben, das fordert niemand. Aber es muss eine klare Ansage des Rechts geben, dass das verwerflich ist. Und diese Ansage ist auch im Einklang mit höherrangigem und geltendem Recht in Deutschland. Da sehe ich gar nicht, wie man das anders, also wie man das tatsächlich anders sehen kann. Und dann, wie gesagt, im Einzelfall die Gesamtumstände. Das kann zu einer anderen Bewertung führen. Dankeschön. Noch zehn Sekunden. Die schenken Sie uns, Frau Bauer, gehe ich davon aus. Das höre ich so. Da kommen wir dann zur Fragerunde der Fraktion Die Linke. Und Frau Möhring ist dran. Ja, vielen Dank zuerst an alle Sachverständigen und auch ganz explizit an all die, die auch unaufgefordert ganz interessante, wichtige Stellungnahmen eingereicht haben. Meine erste Frage oder meine ersten beiden Fragen gehen an Frau Klemm. Frau Klemm, Sie schreiben ja in Ihrer Stellungnahme explizit, Femizide sind Tötung von Frauen, weil sie Frauen sind und die Taten ungleichen Machtverhältnissen zwischen den Geschlechtern entspringen. Also Sie sagen ja nicht, Femizide sind alle Tötungen von Frauen sind Femizide, sondern Sie sagen, Femizide sind Tötungen von Frauen aufgrund ungleicher Geschlechterverhältnisse. Ich würde Sie bitten oder Ihnen Gelegenheit geben, da noch mal aus Praxissicht nachzulegen, was das genau bedeutet und warum eben nicht jeder Mord gleich Mord ist. Und die zweite Frage. Sie schreiben auch in Ihrer Stellungnahme, dass Sie zurzeit keinen eigenen Straftatbestand Femizide vorschlagen. Da würde ich gerne noch mal nachfragen, wie Sie das begründen. Danke. Dankeschön. Frau Klemm, bitte. Vielen Dank für die Fragen. Ihre erste Frage. Es gibt natürlich auch Tötungen von Frauen, die in einem ganz anderen Kontext stehen. Es ist zum Beispiel, wenn wir an die Raser denken. Ja, also jemand rast aus Eigensucht und tötet dabei eine Frau. Das würde ich nicht einen Femizid nennen. Und es gibt auch andere. Es gibt sicherlich auch Tötungen von Frauen in einem völlig anderen Kontext. Femizide, da geht es um das Geschlechterverhältnis. Da geht es auch um die Motivation des Frauenhasses. Und das möchte ich auch noch mal sagen. Das Problem ist, dass wir im Moment in den Ermittlungsverfahren überhaupt nicht darauf gucken. Also die Polizei und die Ermittlungsbehörden schon nehmen Frauenhass gar nicht als ein besonderes Phänomen wahr. Es ist, glaube ich, das erste Mal in Halle bei dem terroristischen Anschlag, also dem rechtsextremen Anschlag dieses Mörders in Halle wurde überhaupt einmal tatsächlich systematisch auch geguckt. Gibt es da Frauenhass? Gibt es dieses rechtsextreme Motiv? Das haben wir in ganz vielen rechtsextremen Taten, sehen wir das eigentlich, dass es da auch um Antifeminismus geht. Also auch das sind natürlich typische Femizide. Wir dürfen auch, und das halte ich für sehr wichtig, die Femizide nicht alleine auf die Partnerschaftstötungen oder Ex-Partnerschaftstötungen begrenzen. Es geht eben, also nicht jede Tötung einer Frau ist ein Femizid und umgekehrt ist auch nicht jeder Femizid nur eine Partnerschaftstötung oder Trennungstötung, wie auch immer wir die nennen wollen. Das finde ich wichtig. Und alles, was zu den niedrigen Beweggründen gesagt worden ist, das hat Frau Professor Lemke ja schon ausgeführt. Ich glaube, wir müssen da sehr genau sehen, die niedrigen Beweggründe fallen ja immer auf einen Hintergrund derjenigen, die entscheiden. Und dieser Hintergrund, den zu beleuchten und da auch zu sensibilisieren. Ja, was sehen wir denn als tiefster sittlicher Stufe stehend an? Und ist das eben auch der Fall, wenn eine Frau alleine, weil sie ihre Karriere machen möchte, jemanden treu sorgenden Ehemann und Vater verlässt? Ist das etwas, was man nachvollziehen kann und sagt, das ist eben gegründet auf der Freiheitsliebe dieser und dem Recht eines jeden einzelnen Menschen zu leben, wie er oder sie möchte? Oder sieht man es anders? Und so würde es die Rechtsprechung eher im Moment sehen, zu sagen, naja, dieses, also diese Trennungstötung, die kann man nachvollziehen. Und deswegen ist da kein niedriger Beweggrund mehr. Vielleicht das zu dem Begriff des Femizides, wobei ich nicht sagen würde, jeder Femizid muss unbedingt ein Mord sein. Das sind erst mal unterschiedliche Kategorien, worüber wir sprechen. Ich bin nicht dafür zu sagen, wir führen den Straftatbestand des Femizides ein und das ist eine automatische Folge, dass wenn wir sagen, es ist ein Femizid, dann muss auch die lebenslange Haftstrafe kommen, wobei ich grundsätzliche Bedenken sowieso ja auch in der Struktur des deutschen Strafrechts habe, dahingehend. Ich bin auch dagegen, weil wir müssten, wenn wir sagen, es gibt den Femizid, dann müssten wir auch einen eigenen Begriff finden für rassistische Tötungsdelikte, für antisemitische Tötungsdelikte, für ganz viele verschiedene Formen. Und das halte ich nicht für sinnvoll. Ich glaube auch, dass wir das Phänomen des Femizids nicht wirklich verstehen, wenn wir es nur auf das Tötungsdelikt begrenzen und auch nur auf Frauen begrenzen. Ich glaube, wir müssen das Umfeld auch beleuchten. Deswegen, das habe ich auch in meiner Stellungnahme geschrieben, wir müssen über Tötungen im Zusammenhang mit Femiziden reden. Wir müssen einmal, das ist ja auch wichtig, kommt übrigens in der PKS auch nicht vor, sind all diese Tötungen, die ich Femizide nennen würde, bei denen sich am Ende der Täter selbst suizidiert. Die gerieren keine Strafverfahren und nicht wegen Tötungsdelikten, deswegen kommen sie in der PKS gar nicht vor. Das andere sind die assoziierten Tötungen, das heißt die Tötungen von Kindern, die kommen auch immer wieder vor, dass Kinder getötet wurden aus Rache an der Frau. Die muss man in dieses Phänomen mit einbeziehen. Und es sind die Tötungen der vermeintlichen oder echten neuen PartnerInnen, der Frauen oder der UnterstützerInnen. Es werden sehr viele oder immer wieder zum Beispiel Mütter von Ex-PartnerInnen getötet, weil sie eben die PartnerInnen geholfen haben, aus dieser Situation zu entfliehen. Das wäre ein Femizid, aber eben auch Väter werden getötet, weil sie, also die Väter der betroffenen Frauen. Ich würde denken, man schränkt das zu sehr ein, wenn man hier einen eigenen Tatbestand ergreifen würde. Ich wäre das aber vielleicht nur am Rande insgesamt für eine Reformierung des gesamten Mordparagrafen und da eine andere Diskussion aufzumachen, um es der Rechtsprechung auch leichter zu machen. Dankeschön. Damit sind wir am Schluss der Fragerunde der Fraktion Die Linke und kommen zu Bündnis 90 durch die Grünen. Sechs Minuten. Ulle Schaus, bitte. Ja, vielen Dank von meiner Seite, von den Grünen auch vielen Dank an alle, die ihre Stellungnahmen auch eingereicht haben, aber auch an Sie, die sich schon vieles gesagt haben. Meine Frage richtet sich an Dr. Leonie Steinl vom Juristinnenbund. Ich mache es mal von der anderen Seite. Wir haben jetzt schon vieles gehört. Die Frage, warum ist es wichtig, mit dem Begriff Femizid zu arbeiten? Also was könnte sich dadurch positiv verändern und ganz spezifisch mit Blick auf das Strafrecht? Was kann das Strafrecht mit dem Femiziden umschriebenen Phänomen leisten und was kann das Strafrecht nicht leisten? Soweit erst mal. Frau Dr. Steinl, bitte Ihre Antwort. Vielen Dank. Also ich halte den Begriff Femizide in der Tat für sehr wichtig, weil er diesen strukturellen Charakter der Taten betont. Es sind eben keine traurigen Einzelfälle, keine individuellen Probleme, keine Familiendramen, keine Einfachungsfragödien und so weiter, sondern sie sind die schwerste Form von geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen und damit ein gesamtgesellschaftliches Problem. Femizide zeigen, dass struktureller Sexismus töten kann und dass es auch in Deutschland eine traurige Realität ist. Und in der Präambel der Istanbul-Konvention steht dazu ein wichtiger Satz, nämlich dass geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen Ausdruck historisch gewachsener, ungleicher Machtverhältnisse zwischen Frauen und Männern sind. Das heißt, wenn man etwas gegen Femizide unternehmen möchte, dann geht es genau darum, diese ungleichen Machtverhältnisse in all ihren unterschiedlichen Ausprägungen in den Blick zu nehmen. Mit der Istanbul-Konvention haben wir ein Instrument, das ausdifferenziert und konkret ist, das uns zeigt, welche Maßnahmen wir hier alle ergreifen müssen, um dem Problem zu begegnen. Das Problem ist aber, dass die Konventionsvorgaben in Deutschland bei Weitem noch nicht vollständig umgesetzt wird, auch drei Jahre seit ihrer Geltung in Deutschland. Zu Fragen nach dem Strafrecht. Das Strafrecht kann meistens sehr viel weniger leisten, als sich die öffentliche Wahrnehmung davon erhofft. Und es löst natürlich keine gesellschaftlichen Probleme. Es ist aber trotzdem ein wichtiges Mittel in der Bekämpfung von geschlechtsbezimmer Gewalt und auch von Femiziden. Meines Erachtens ist eine nachdrückliche Bestrafung von geschlechtsbezimmer Gewalt notwendig, um klar zu verdeutlichen, dass der Staat und die Gesellschaft nicht gebildet sind, diese Form von Gewalt, die ein besonders drastischer Ausdruck von strukturellen Machtverhältnissen ist, zu akzeptieren oder gar zu bagatellisieren. Und der problematische strafrechtliche Umgang mit Femiziden und auch mit anderen Formen von geschlechtsspezifischer Gewalt, wie zum Beispiel Sexualdelikt im sozialen Nahraum, ist für mich Ausdruck eines unzureichenden gesamtgesellschaftlichen Bewusstseins für das Thema. Und es geht natürlich hier nicht um Automatismen im Sinne von Tötung von Frau ist gleich Femizid, ist gleich Mord oder Körperverletzung an Frau ist dann gleich ein geschlechtsspezifisches Hassdelikt. Nein, natürlich verbieten sich um Strafrecht solche Automatismen und es geht immer um den individuellen Schuldvorwurf des Täters. Worum es uns geht, ist zu erkennen, ob es sich um einen Fall von geschlechtsspezifischen Beweggründen handelt. Und zwar nicht misszuverstehen solche Taten als Verzweiflung, als er beraubt sich dessen, was er eigentlich nicht verlieren will. Sie hat sich abgewendet, sie hat sich getrennt, das ist alles nachvollziehbar, menschlich verständlich und so weiter. Nein, sondern zu erkennen, dass es um patriarchale Machtansprüche geht, die in solchen Taten eine Rolle spielen und um Vorstellungen von geschlechtsbezogener Ungleichwertigkeit. Und insofern diese auch strafrechtlich richtig einzuordnen. Vielen Dank. Dankeschön. Frau Schaus, bitte. Noch eine Frage? Ja, ich würde gerne noch mal wissen, also vielleicht können Sie auch noch mal was zu der Bekämpfung von Femiziden sagen, aus dem, was die Istanbul-Konvention ja hergibt. Wir haben schon ein bisschen was gehört. Ich würde aber gerne noch mal auf unseren grünen Antrag verweisen und die Forderung, die wir haben, Ergänzung der polizeilichen Kriminalstatistik hinsichtlich der politisch motivierten Kriminalität um frauenfeindliche Motive. Wie können Sie das in Bezug auf Femizide noch mal einordnen und vielleicht auch noch mal, wenn Sie es schaffen, zeitlich zu der Ergänzung in Paragraf 46 StGB? Frau Dr. Steine, bitte. Gerne. Ich beginne gleich mit der polizeischen Kriminalstatistik. In der Tat fordert der Jurist im Bund seit Längerem, dass auch Straftaten aus geschlechtsspezifischen Beweggründen als Form von Hasskriminalität verstanden und erfasst werden. Denn im Fall von Hasskriminalität erfasst die PKS ja genau solche Tatmotive. Und für uns ist das ein wichtiger Beitrag zur Sichtbarmachung von solcher Gewalt und insbesondere des Ausmaßes. Darunter fallen dann Femizide ebenso wie andere geschlechtsspezifische Hassdelikte, in denen bislang eben diese Tatmotivation völlig außer Betracht gelassen wurde und somit auch kein Zusammenhang hergestellt wurde zwischen unterschiedlichen Erscheinungsformen von geschlechtsspezifischer Gewalt. Solche Motive wie Sexismus, wie Misogynie oder auch wie Antifeminismus spielen bei vielen Tätern von Hassdelikten eine ganz zentrale Rolle, insbesondere bei solchen aus dem rechtsextremen Spektrum. Und das wurde sehr lange vernachlässigt. Gerade Gewalt gegen Frauen wurde in dem Zusammenhang nicht gesehen, wurde auch bagatellisiert, vor allem dann, wenn sie sich in Anführungszeichen nur im digitalen Raum stattfand. Und insofern wurde auch nicht erkannt, dass Sexismus in schwerer körperlicher Gewalt bis hin zu Tötungstiliken und Femiziden münden kann. Und deswegen halten wir genau diese Ergänzung der PKS in dem Fall für sehr wichtig, um das Merkmal Geschlecht, um Rückschlüsse auf solche Motive zu ermöglichen. In dem Zusammenhang ist ja auch darauf hingewiesen, dass Angaben zu nicht-binären Personen vollständig fehlen in der Statistik. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist natürlich auch noch, dass die Statistik nur so gut ist wie die Personen, die sie anwenden, beziehungsweise die Personen, die sie erstellen. Insofern ist da ein ganz dringender Fortbildungsbedarf bei der Polizei auch zu sehen, eben im Hinblick auf das Erkennen von solchen geschlechtsspezifischen Tatmotiven. Das betrifft auch andere Tatmotive wie Rassismus, wo wir diesen Aus- und Fortbildungsbedarf ganz dringend sehen. Noch zu der Frage, was die Istanbul-Konvention im Hinblick auf Femizide vorgibt. Also die Istanbul-Konvention hält tatsächlich für alle Phasen sozusagen von Femiziden und geschlechtsspezifischer Gewalt Anforderungen bereit. Sie wird erstens nämlich dem Bereich Prävention, wo sie einen ganz vielfältigen Maßnahmenkatalog, den wir auch in der Stellungnahme noch einmal ausdrucksweise wiedergegeben haben, bereithält. Dann geht es um Schutz, Unterstützung und Beratung von Gewaltbetroffenen und der effektive Zugang zu Recht. Dann geht es um eine effektive Strafverfolgung und um eine geschlechtergerechte Strafverfolgung. Das ist ein Wort, das in der Istanbul-Konvention verwendet wird. Eine geschlechtergerechte Strafverfolgung, die an den Bedürfnissen der Opfer ausgerichtet ist. Und letztlich geht es natürlich auch um eine strukturelle Implementierung der Konventionsvorgaben durch Monitoring, durch Forschung und durch die Datenerhebung. Und dieser ganzheitliche Ansatz... Ein wichtiger Punkt ist auch noch der ganzheitliche Ansatz, der einen umfassenden Begriff und eine diskriminierungsfreie Anwendung erfordert. Vielen Dank. Vielen Dank. Damit sind wir bei der Fragerunde der CDU-CSU-Fraktion. Zehn Minuten und Frau Pantl hat das Wort. Herzlichen Dank. Ich möchte an Frau Prof. Dr. Monika Schrödle eine Frage stellen. Sie schreiben, dass in vielen Ländern innerhalb und außerhalb Europas auf unterschiedlichen Ebenen Strategien entwickelt werden, um sogenannte Femizide zu erfassen und in der Öffentlichkeitsarbeit sichtbar zu machen, zu sanktionieren und zu verhindern. Von diesen Ländern sollte Deutschland lernen. Was haben die anderen Länder gemacht? Sind sie der Ansicht, dass man aufgrund dieser Begrifflichkeit wirklich etwas für die Frauen getan hat? Ist das eine? Und dann, es ist vieles gefragt worden, das lasse ich weg. Aber Frau Steinl, Frau Dr. Steinl, ich wollte an Sie noch fragen. Wir sind ja und haben überall gerade die Bestrebungen, dass man genau die Geschlechter nicht mehr aufschreibt. Es ist ja so, dass man, wir sind was bei Datenschutzerfassungen und ähnlichen Bereichen, dass man wirklich davon Abstand nimmt, Herr oder Frau zu schreiben und nicht mehr so sehr darauf zu achten. Glauben Sie, dass das gerade, wo wir jetzt hier in diesem Bereich das Gegenteil versuchen, obwohl wir ja in den Statistiken sehr wohl noch stehen haben, ob Männlein oder Weiblein, wäre das ja eher die Bestrebung, genau entgegensätzlich zu dem zu gehen, was wir jetzt gerade oder was gerade gefordert wird. Danke. Frau Professor Schrödle, bitte. Ja, ich habe es am Anfang gesagt, Probleme zu erfassen und auch statistisch zu erfassen, aber auch von den Hintergründen zu erfassen, bringt sehr viel, um erst mal zu erkennen, worum es da überhaupt geht und als zweites, um auch Interventions- und Präventionsmaßnahmen einzuleiten. Also wir haben schon sehr lange in Großbritannien Datenerfassungssysteme zur Erkennung von Femiziden, aber auch den Hintergründen. Wir haben in Portugal ein europäisches Observatory, wir haben in Rumänien ein Observatory, wir haben in Spanien die systematische Erfassung auch der Femizide an Frauen und das ist insofern wichtig. Also wir sehen einerseits die Täter-Opfer-Kontexte, wir sehen aber auch, wir müssen sagen, es ist nicht eine reine Beinchenzählerei, sondern wir erfassen auch Motive und Hintergründe. Wir erfassen zum Beispiel die Länge, die Dauer seit der Trennungsabsicht der Frau bis zur Tötung. Wir wissen damit zum Beispiel, dass bestimmte Zeiträume besonders gefährlich sind. Wir schauen uns an, inwiefern gab es zum Beispiel schon Wegweisungen, polizeiliche Interventionen und sehen dann, haben die was genützt oder haben die nichts genützt? Also es sind sehr, sehr viele vertiefende Informationen und Hinweise, mit denen wir dann weiter auch Femizide auch bekämpfen und abbauen können. Und wie gesagt, wenn wir das sozusagen einfach nur allgemein Tötungsdelikte nennen, dann sehen wir einfach gar nicht, worum es da geht. Und das ist ja das Wichtige. Und das ist eigentlich was, was wir auch in der Öffentlichkeit sichtbar machen müssen. Hier werden nicht Frauen einfach getötet, weil es tragische Familiengeschichte war. Hier werden Frauen getötet, weil sie sich, weil sie eigentlich ihren freien Weg und ihre freie Entscheidung treffen wollen. Und weiß Gott nicht überwiegend oder nur durch Männer aus muslimischen Kulturen. Das zeigen unsere Statistiken auch ganz klar. Und über die empirische Datensammlung sieht man eben, kann man Phänomene besser sichtbar machen. Es ist genauso wie bei Rassismus, würden Sie auch nicht erkennen, wenn Sie den komplett individualisieren würden. Also rassistische Übergriffe oder schwulen, lesbenfeindliche Übergriffe würden Sie nicht erkennen, wenn Sie sagen, das ist eine Einzelhandlung und da waren bestimmte Provokationen und das kann man so und so sehen. Also von daher ist es ein ganz, ganz wichtiger zentraler Punkt, dass wir die Information haben, sowohl für die Sichtbarwerdung auf gesellschaftlicher Ebene und in Spanien hat sich zum Beispiel sehr viel verändert. Spanien ist das erste Land, wo wir tatsächlich einen relevanten Rückgang von Gewalt gegen Frauen sehen, auch weil die Regierung das Problem ernst genommen hat und es auch als solches benannt hat. Vielen Dank. Frau Dr. Steinl, bitte. Vielen Dank für diese wichtige Frage. In der Tat hat die deutsche Rechtsordnung und auch insbesondere das Bundesverfassungsgericht seit einiger Zeit endlich anerkannt, dass es eben nicht nur Geschlechter anhand von körperlichen Geschlechtsmerkmalen festzumachen sind und es insofern männliches und weibliches Geschlecht gibt, sondern das natürlich auch wesentlich von der subjektiven Geschlechtsidentität geprägt ist und dass es eine sogenannte dritte Option hier gibt. Und das muss sich natürlich auch in dem Recht und in der Datenerfassung widerspiegeln. Aber das bedeutet keinesfalls, dass wir nicht mehr geschlechtsschädliche Gewalt gegen Frauen als solche erfassen oder benennen können, sondern es bedeutet nur, dass wir auch Gewalt gegen nicht-binäre Personen natürlich erfassen müssen und sollten. Und insbesondere, weil sich viele Formen von Gewalt auch gegen nicht-binäre Personen gerade auf Grundlage dieses Merkmals richten. Insofern ist es durchaus kein Rückschritt, jetzt solche Datenerhebung zu fordern, sondern wie ich vorhin darauf hinwies, ist es eher der Ansporn oder die Verpflichtung, vielmehr zu sagen, wir müssen auch für nicht-binäre Personen in der PK als solche Daten erforschen. Vielen Dank. Dankeschön. Frau Pantl, bitte. Ich habe noch mal eine Nachfrage an Frau Dr. Schrötle. Es ist so, dass ich also sehr gut, ich habe Familie in Großbritannien und auch in Portugal. Ich kann also nicht sehen, dass die Situation für die Frauen sich da verbessert hat. Wir haben sehr wohl Statistiken bei uns, was Frauenmorde angeht und eben warum. Also diese ganzen Beschreibungen gibt es in Deutschland ja sehr wohl. Und seit den 90er Jahren gibt es das auch in der Ausbildung. Ich sehe es aber in Portugal, wie viele Frauenhäuser oder wie viele Schutzvorrichtungen haben wir da? Also ich sehe das noch nicht so, dass sie da so weit sind oder dass man aufgrund von der Begrifflichkeit Femizide etwas für die oder eben Frauenhass, Frauenmorde, dass man dafür die Frauen mehr getan hat als das, was wir gerade tun. Frau Prof. Schrötle, bitte. Ja, natürlich ist es kein Automatismus, wenn wir das Wort einführen, dass sich dann alles verbessert. Das ist schon ganz klar. Aber es ist tatsächlich so, also Portugal ist so ein Beispiel. Da würden wir jetzt alles sagen, ja, Portugal wäre irgendwie nach. Portugal hatten, Femicide Observatory und das Problem wird tatsächlich von der Regierung jetzt sehr, sehr ernst genommen und als solches benannt. Und es werden dann darauf aufbauend auch Maßnahmen ergriffen. Also überall, wo sie sehen, also das heißt, es ist kein Automatismus so, um das, wenn ich das Wort einführe, dass dann automatisch was passiert. Aber wenn ich sozusagen mit dem Begriff aufzeige, was in Wirklichkeit der Hintergrund auch ist und warum das der Fall ist, dann kann ich, mit mehr Daten und Informationen auch sehen, wie ich besser intervenieren können. Und wir hatten das ja auch in Bezug auf unsere ganze gesamte Forschung zu Gewalt gegen Frauen. Erst durch die Aufdeckung und sichtbar machen, dass es was auch mit Geschlechterverhältnissen zu tun hat, sind Regierungen in Deutschland, in Europa aufmerksam geworden und haben eben darauf aufbauend die ganzen Maßnahmen ergriffen. Also wenn Sie allein die deutsche Geschichte anschauen, ist es Ihnen auch jetzt mit Ihnen wahrscheinlich auch klar, dass eine wichtige Basis war, diese Erfassung und diese Benennung dieser geschlechtsspezifischen Gewalt. Und darum geht es bei Femizid. Also wir können verschiedene Begriffe dafür vielleicht suchen oder verwenden. Vielleicht finden Sie einen besseren Begriff. Aber es geht tatsächlich im Kern darum, dass wir bei Femiziden sehen, dass Frauen wirklich, dass Frauen hier getötet werden, weil sie sich aus patriarchalischen Vorstellungen lösen. Und das mobilisiert viel sowohl in der Öffentlichkeitsarbeit ganz normal auf der Straße als auch im Bereich der Politik. Also die Beispiele sind ganz klar überall in Europa einsichtig. Und in Spanien ist eigentlich das beste Beispiel, würde ich sagen. Vielen Dank. Noch eine Frage, Frau Pantel? Ja, noch eine Nachfrage. Dann würden Sie also Femizid anders definieren, als das eben Frau Dr. Schröter gemacht hat. Weil sie hat ja nicht vom Beziehungsopfer gesprochen, sondern das war ein allgemeiner Hass gegen Frauen. Das sehen Sie anders. Und vielleicht könnten Sie noch sagen, also welche Auswirkungen oder Verbesserungen hat es denn für Frauen im europäischen Ausland gegeben, was zum Beispiel Notunterkünfte, Frauenunterkünfte und Ähnliches angeht. Weil bei uns in Deutschland gibt es das ja. Also wenn Polizei kommt und man sieht, dass es da Gewalt gibt, dann gibt es einen Fax. Und dann können die Frauen sich da an eine Stelle wenden. Ist das in den anderen Ländern durch die Einführung des Begriffs auch verbessert worden? Sie haben noch eine Minute, Frau Schröter. Okay, da kann ich den ersten Teil nicht beantworten. Es wird tatsächlich durch die Einführung der Beschäftigung mit dem Thema Femizide verbessert. Wir haben in Deutschland noch ein sehr, sehr großes Verbesserungspotenzial. Bei uns wird nicht konsequent reagiert. Die Frau wird nicht konsequent geschützt. Wir haben sehr gute Beispiele, zum Beispiel im RIG-Interventionsprojekt. Die konnten aufzeigen, dass sie viele Taten verhindern konnten durch ein konsequentes staatliches Einschreiben. Also wir haben da noch ganz viel Potenzial nach oben. Und das ist ganz sichtbar. Das haben uns auch die ganzen europäischen Länder, die auch mit dem Begriff Femizid, den auch auf politischer Ebene eingeführt haben, dass das tatsächlich einen Schub in Richtung Prävention und Intervention bewirkt hat. Von daher bleibe ich ganz klar dabei. Und die Definition haben wir veröffentlicht zu Femiziden. Die sind natürlich auch anders, als es jetzt vorhin von Frau Schröter genannt wurde. Wir haben klare Definitionen. Wir haben auch klare Beispiele, was es ist. Und hier wurde auch mehrfach gesagt, nicht alle Tötungsdelikte an Frauen sind Femizide, sondern Tötungsdelikte, die in diese Kontrolle, Dominanz, Motivation und auch in die Frauenverachtung oder Antifeminismus eingefunden sind. Vielen Dank. Das war eine Punktlandung. Zehn Minuten sind schon komfortabler bei der Fragerunde, nicht als sechs Minuten auf jeden Fall. Also wir kommen zur letzten Fragerunde der SPD. Sechs Minuten und Gülistan Yüksel macht das bitte. Ja, ich hoffe, Sie können mich von hier aus hören. Ich war zeitweise weg, weil meine Internetverbindung schlecht war. Alles super. Danke schön. Vielen Dank auch von meiner Seite für Ihren Statements. Ich habe da sehr gut zugehört. Und es sind viele Fragen, die ich hatte, die ich mir aufgeschrieben habe, schon beantwortet wurden. Jetzt habe ich das, habe mir nochmal überlegt, ob Sie, Frau Herold, und auch vielleicht Sie, Frau Schröter, mir die Frage beantworten können, welche Maßnahmen wir machen sollten, um die Lage der Frauen schnellstmöglich zu verbessern, also in der Prävention, der Erforschung der Taten oder der Änderung des Strafrechts. Sie sind ja, glaube ich, eben, Frau Schröter, darauf eingegangen, dass in Spanien, haben Sie erwähnt, vielleicht können Sie uns dazu was sagen. Dann eine Frage an Frau Herold. Frau Herold, Sie wissen, dass die Justizministerin, Frau Christine Lambrecht, nach dem Beschluss der letzten Justizministerkonferenz eine Arbeitsgruppe zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen einsetzen möchte. Und die erste soll ja im ersten Quartal sein. Können Sie mir vielleicht Ihre Einschätzung sagen, wie Sie das finden? Ist das ein guter Schritt? Wir machen ja eine Menge in der Politik, aber ich finde, es reicht immer noch nicht. Gewalt gegen Frauen ist immer noch leider trauriger, anders, wie Sie das sehen. Und bei Ihnen, Frau Dr. Monika Schröter, ich habe gelesen, dass im Mai 2021 der gemeinsame Bericht Ihrer Arbeit aus 2019 und 2020 veröffentlicht werden soll. Haben Sie vielleicht jetzt schon oder können Sie uns jetzt schon mal so ein paar Erkenntnisse daraus mit uns teilen? Das wären meine Fragen. Vielen Dank. Dankeschön. Frau Herold ist die erste. Bitte. Ja, zu der Frage, was sollte in Angriff genommen werden, um Chemizide zu bekämpfen? Also für uns steht als Lobbyverband der Frauenhäuser und der Beratungsstellen in den Wohlfahrtsverbänden im Vordergrund, dass das Hilfesystem so abgesichert und ausgestattet ist, dass wir, da sind wir noch nicht im Bereich der Prävention, sondern in der Verhütung weiterer Straftaten, also in der Sekundärprävention, aber nicht in der Primärprävention, dass wir wirklich die Frauen gut unterstützen können, dass wir keine Frau an einer Frauenhaustür abweisen müssen oder sie weitervermitteln müssen an andere Häuser. Dass jede Frau zeitnah und bedarfsgerecht Beratungstermine in den Fachberatungsstellen bekommt. Und dafür braucht es eine finanzielle Grundlage für die Finanzierung. Die Situation ist einfach so nicht tragbar. Damit können wir vielleicht auch einige Frauen vordrohenden Femiziden schützen. Aber grundsätzlich das Problem anzugehen, da verweise ich auf das, was ich vorhin bereits gesagt habe, wir müssen an die gesellschaftlichen Grundlagen ran. Es muss in der Gesellschaft geächtet sein, Frauen zu misshandeln, zu diskriminieren und auch zu töten. Und diese Debatte brauchen wir. Wir brauchen nicht einfach nur Veränderungen im Strafrecht. Sie fragten nach der Arbeitsgruppe beim BMJV. Ich weiß von so einer Arbeitsgruppe bis jetzt nichts. Grundsätzlich glaube ich, hier haben wir extrem viel Handlungsbedarf. Als erstes fällt mir spontan ein, die Frage Kindschaftsrechtsreform. Da brennt uns immer noch das Thema Sorge- und Umgangsregelungen in Fällen häuslicher Gewalt, also Partnerschaftsgewalt. Frau Klemm sagte vorhin schon, da kommt es immer wieder zu sehr bedrohlichen Situationen bis hin zu Tötungsdelikten an den Frauen oder auch an den Kindern oder an beiden. Da muss dringend etwas getan werden und da muss der Gewaltschutz noch mal ganz anders beleuchtet werden. Also das wäre für mich auf jeden Fall ein sehr vordringliches Thema. Und es wäre natürlich auch toll, wenn das Thema Finanzierung des Hilfesystems nicht ausschließlich im BMFSFJ, das dieses Thema sehr gut vorwärtsbringt, liegt, sondern dass sich beispielsweise das Bundesministerium für Arbeit und Soziales oder das BMJV auch stärker in dieses Thema einbringt, damit wir endlich zu Lösungen kommen und diesen Stillstand über 40 Jahre endlich überwinden können. Dankeschön. Noch zwei Minuten, Frau Professor Schröttle, bitte. Also die beiden zentralen Bereiche, die wir bearbeiten müssen, ist einerseits, da stimme ich auch den Vorrednerinnen zu, die Prävention und da brauchen wir aber auch mehr Wissen, welche Prävention eigentlich wie funktioniert. Also es müssen zum Beispiel auch Kampagnen, die wir durchgeführt haben, mehr ausgewertet werden in Bezug darauf, wie kommt es dann eigentlich bei den Betroffenen an. Da brauchen wir auch direkt eine Kooperation mit ehemals Betroffenen und möglicherweise auch mit ehemaligen Tätern, damit wir wissen, wie das überhaupt wirkt. Und dann muss Deutschland ein tatsächlich aufeinander abgestimmtes und koordiniertes Präventionssystem entwickeln. Das haben wir bisher nicht geschafft. Das fiel immer ein bisschen hinten runter, die Prävention. Oder war so gießkannenartig auf bestimmte Maßnahmen beschränkt. Dann im Bereich der Verhinderung von schweren Gewalt- und Tötungsdelikten ist es tatsächlich wichtig, dass wir flächendeckend Täterarbeit einführen und dass wir auch flächendeckend mehr als Täterarbeit, nämlich eine Hinwirkung auf die Veränderung der Verhaltensweisen von Männern hinführen. Sobald irgendeine Gewalt hat bekannt wird, muss da mehr passieren in Deutschland. Die Männer werden weitgehend überhaupt nicht belangt in Deutschland. Das zeigen auch unsere Studien. Und das sind andere Länder zum Teil wirklich besser und auch klarer in der Reaktion auf die Gewalt. Letzter Punkt. Wir werden unsere Daten und Zahlen veröffentlichen im Mai. Was wir gesehen haben, dass wir eigentlich sehr gut durch die Sammlung von Fällen erst mal über die Medien zum Grundstock hatten. Und dass sozusagen diese Datensammlung immer besser wird, je mehr wir auch polizeiliche Daten und Gerichtsurteile einflechten. In den meisten Ländern in Deutschland auch ganz stark zeigt sich, dass die überwägende Mehrheit der Frauen, die getötet wurden, durch Partner oder Ex-Partner getötet wird. Wir haben da Zahlen zwischen 62 und 75 % je nach Jahr. Also wir haben seit 2018 gesammelt. Was wir sehen, wo die Statistiken sich noch verbessern würden, wir müssen noch mehr mit den Hilfsinstitutionen, also mit den Hilfeprojekten, Fachberatungsstellen zusammenarbeiten. Sie kommen zum Schluss, bitte. Weil da viel Wissen darüber da ist, welche Fälle auch schon bekannt waren. Also genau die Fälle, die polizeilich oder im System oder durch Dritte bekannt waren, das sind die Fälle, die wir am ehesten verhindern können. Und da muss ein sehr starker Fokus drauf gelegt werden, bei den weiteren Maßnahmen. Deswegen brauchen wir auch so differenzierte Informationen zu den einzelnen Tötungsdelikten. Danke. Vielen, vielen Dank. Damit sind wir am Ende unserer Anhörung. Ich danke den Sachverständigen, dass Sie heute da waren, allen Besucherinnen und Besuchern. Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Woche und schließe damit die öffentliche Anhörung.